Ja, ich bin der Leopold Herz, Sprecher für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten und auch Ausschussvorsitzender für dieses Fachgebiet hier im Bayerischen Landtag. Wir werden heute einen Dringlichkeitsantrag stellen zur Situation der Schweinehaltung in Bayern. Die war in der Nachkriegszeit noch nie so dramatisch wie jetzt. Wir wollen nicht, dass die Schweineproduktion abwandert, wie bereits bei den Hühnerhaltern in andere Länder. Deshalb diesen Antrag. Es ist zehn nach zwölf und wir wollen die Schweinehalter hier in Bayern halten. Und das ist unser absolutes Ziel. Dafür wollen wir kämpfen und uns einsetzen.